Sie ist Vajat Neugeboren, Schönheit aus der Tiefe, Lieblingstochter der Tiefentochter, Sie kommt, um die Ungläubigen zu holen und die Gläubigen zum Bündnis zu bitten. An der Oberfläche sieht sie nur nach feuchter Größe aus, aber in den tiefsten Tiefen reichen ihre umgekehrten Türme, in tiefste Tiefen. Tief, Rekka, sie spinnt ihr Netz um Chalvens Thron, die achtbeinige Schönheit spinne der Nachtblauen Tiefen. Wenn der Tag kommt und ihre Fluten das Land verschlingen, wird Mahaita die Gläubigen zu größerer Glorie tragen. Rekka! Achtmal entspringt dem Rumpf verknotete Baumstämme, die die Arche auf dem Wasser tragen. Die Spinnenbeine enden in dünnen, zuckenden Wurzeln, die ihre glasartigen Sprossen in die See tauchen. Deutlich sichtbar glocksdunkles Wasser durch die Adern ins Schiff. Sie durchziehen alles, das Holz. Luft strömt rhythmisch durch die Feinröhren. Flechten und Insekten werkeln wie Handwerker am Monsterleib. Räume und Gänge verändern manchmal ihre Form und Größe. In der Arche ist es dunkel, wenn nicht Fackeln, Laternen oder Wasserschalen mit roten Leuchtkrebsen Licht spenden. Doch der Geruch nach feuchtem Holz durchdringt die Haut, bis man ihn auf der Zunge schmeckt und sich die Wimpern wie Tannennadeln anfühlen. Nirgendwo ist der Spruch, Holz arbeitet wahrer als hier. Jede Bewegung des Ungetüms geht mit einem vielstürmigen Ächzen und Knarren einher. Auf den unteren Niveaus steht das grüne Brackwasser und ächzende Alchemiker bis zur Hüfthöhe. Gebrochene Spanten, Segelfetzen, Seile und rostige Anker. Die Überreste erbeuteter Schiffe versperren Sicht und Weg. Die Archenkäfer sind mit dem Mahitamin erschienen und leben mit diesem offenbar in Symbiose. In versteckten Kammern füttern sie ihre Engerlinge, ihre Maden mit dem Harz der Wesenheit. Es durchdringt sie. Von irgendwoher fließt ein Rinnsaal über fauliges Holz und tröpfelt über Öffnungen hinaus. Dies ist wahrlich die Mutter aller Mahaita. Habe ich mich versessen? Schaut mal, habe ich irgendwas am Rücken? Na, ganz schön. Hm, vielleicht eine Falte im Stoff? Doch, Bulltalks, jetzt hast du dich auf das Holzpferd gesetzt. Oh, oh, ah, das, das war es, tatsächlich. Oh, ei, 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 das, äh, es piekst ganz schön, Raphim. Ja. Du hast die Ohren sehr spitz gemacht. Ja, das ist jetzt ein ganz neuer Stil, den ich ausprobiere. Aha, und wie nennst du diese Periode? Ähm, ähm, werde mit spitzen Ohren. Ähm, was die Spitzbuben nennen. Ja, aber nun, jetzt berichtet mir doch mal, was, äh, was, was ist passiert. Ja, äh, was haben dir denn deine Wachen zugetragen? Naja, also unsere Wachen, natürlich sind ja nicht meine Wachen, äh, ähm, allerhand tatsächlich. Sieht's tatsächlich draußen so fürchterlich aus, wie man sagt. Stinkt sehr, sehr doll, ähm, und es ist nicht wirklich schön, aber ja, es sieht schon nicht schön aus. Es ist, äh, wahr. Das ist schon etwas gewöhnungsbedürftig, vor allem die sogenannten Tempel. Aber nun ja, was haben wir erwartet? Oh, der vom grünen Mann war sehr schön. Ja, und dieses Vieh hier, lebt das denn noch, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich denke schon, dass es lebt. Es bewegt sich nicht stark, aber doch ein bisschen. Es laufen überall diesen verfluchten Käfer umher. Egal, wo man hinschaut, diese Käfer. Wir mussten schon die Planken einziehen, dass sie nicht aufs Schiff kommen. Es ist ein Konglomerat aus verschiedensten Schiffen, zusammengehalten durch die dämonische Natur dieses Wesens. Nun, wenn ihr die Korrektur erlauben möchtet, Kapitan, tatsächlich sind diese verschiedensten Schiffe ureigenster Teil des Wesens selbst geworden, nachdem sie den Verdauungsprozess durchlaufen haben. Das sagte ich doch damit. Ihr suggeriert, dass es sich hier um Einzelteile handelt, während es tatsächlich ein großes Ganze ist. Ich sagte Konglomerat. Dies beinhaltet, dass die Teile dazugehören zum jetzigen Körper. Sicher doch, sicher doch. Naja, jedenfalls, Rafim, wir haben den Herrn der Afe getroffen, aber viel ist dabei nicht herausgekommen. Er hat uns wohl auf die Probe gestellt, und, nun ja, wir haben den Test wohl gut genug bestanden. Aber bevor wir irgendeine Art von Handeln mit ihm schließen konnten, hat er uns stehen lassen, um sich um eine wichtige Angelegenheit zu kümmern. Die Tür geht auf, und ihr könnt erkennen, wie Hasswolf reinkommt. Ohne zu klopfen, er schiebt sie wieder zu mit seinem Holzbein und sieht sich um. Seid ihr jetzt froh, dass ihr keine Fähre hier habt? Ja. Wir werden bereits längst ausgerastet. Wir sind sehr froh, euch dabei zu haben, Hasswolf. Gut. Könnt ihr euch setzen? Ja, mein Bein tut weh. Der Turamin rückt ihm mit etwas besorgten Blick den Stuhl neben sich, zurecht, dass er sich setzen kann. Mir tut alles weh, um ehrlich zu sein. Soll ich euch ein wenig Schlaf erschaffen? Nein, ich habe die letzten Tage genug geschlafen. Wie lange bleibt ihr jetzt noch hier? Was haben wir vor? Ja, das wollte ich auch gerade fragen, Kapitän. Nun, so wie es aussieht, werden wir wohl abwarten, bis der Angriff verfolgt. Und nun ja, unser Bestes tun, damit möglichst viele Archen zerstört werden. Kapitän, darf ich etwas vorschlagen? Wir haben hier noch keinen Handel abgeschlossen. Entsprechend, wenn es sich nicht für uns lohnt, können wir auch wieder auslaufen. Ich sehe hier eigentlich keine Veranlassung, uns mehr zu investieren, wenn es am Ende keinen Gewinn für uns bringt. Nun, eine Zerstörung einer Archen ist immer ein Gewinn. Naja, aber so oder so wird ja eine oder zwei Archen zerstört. Nun, dies können wir nicht voraussetzen. Ich stimme allerdings dem Wort, Magus, zu. So sehr ich auch einen solchen Handel abgeschlossen sehen möchte, ist es tatsächlich für uns nicht von Vorteil. Sollte er nicht zustande kommen, noch hier zu sein, wenn es losgeht. Herr Boltax, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand Archen zerstört, wenn wir es nicht sind. Ich glaube, die werden einfach annektiert. Das ist tatsächlich allerdings die Befürchtung. Wir haben hier bereits die theoretische Möglichkeit aufgestellt, dass die Angreifer mit Hilfe des Globomong-Tempels und seiner Bakhtira die Kontrolle über die Archen an sich lassen möchten. Und Arachno hat sehr freizügig zugegeben, dass dies einer seiner Schwachpunkte ist. Nun, aber ich halte Arachno ehrlicherweise nicht für einen dummen Mann. Er wird doch Besicherungen getroffen haben im Falle seines Ablebens. Hey, Naja, kannst du sie einfach bitte Ranga nennen? Ich kann in der Tat... Und wirf nicht so mit Namen umher. Ich kann in der Tat, wenn ihr dies wünscht. Verzeiht, ich bezog mich auf die Nomenklatur, die sie für sich selbst verwendeten. Danke. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Arachno irgendetwas für einen Zeitpunkt nach seinem Ableben plant. Denn wem sollte er die Arche hinterlassen? Ich wusste nicht, dass er irgendwelche Erben oder... Nun ja... Personen, die ihm sehr am Herzen liegen hätte, denen er die Arche vermachen möchte. In der Tat, das meine ich ja genau damit. Deshalb, ich gehe davon aus, er würde sie lieber erstört wissen, als nicht mehr in seinem Besitz. Nun ja, ich denke, das liegt außerhalb seiner Möglichkeiten, eine Arche dieser Größe einfach zu zerstören. Eine Arche Jid wie der Größe kann durch ihr Eratz vernichtet werden. Und der Arche von Scheuerina ist, wie die meisten Abgänger mir, ein begnadeter Golemant. Ihr wart noch niemals in der Eratzkamera, nicht wahr? In der Tat nicht, Kapital. Wenn ich den anderen vorne richtig zugehört habe, dann ist er nicht eigentlich euer Prinz. Zumindest auch die Dukaten-Gadisten sagen das. Nun, es gehört zu den Themen, die vom König sind. Nicht deiner, du bist Brabaki. Ich meine die beiden anderen, Diamante und Raphim. Nun, er gilt als der Prinz von Meridiana. Und es gab immer wieder Spekulationen, ob er Pläne haben könnte, mithilfe der Arche dorthin zurückzukehren. Aber ich weiß ehrlich gesagt nichts über die Umstände, die ihn von dort vertrieben haben. Wie ich bereits ausführen wollte, gehört er doch nur von Scheuerina zu den Themen, die man am Königshof als unhöflich betrachtet. Unhöflich im Sinne von, man kriegt den Mund verboten oder unhöflich im Sinne von, dein Kopf wird auf einen Spieß gesteckt. Serpentier gibt dir ein halbes Grinsen. Hm. Naja, kommt darauf an, wessen Kopf es ist. Hm. Ich verstehe. Nichtsdestotrotz können wir es ihm nicht überlassen, diese Archen allein zu zerstören. Wir müssen sicher sein, dass dies passiert. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall noch einmal das Gespräch mit ihm suchen und unsere Zeit bis dahin so nutzbringend wie möglich verbringen. Wir haben gehört, dass Agenten von Paligan hier am Werke sind. Vielleicht können wir einen davon dingfest machen. Und wir folgen auf den Markt. Ja, wir haben außerdem noch Zimt und Amara ist kein Stahl. Und auch einige Erelsteine, die wir aus Sorak mitgenommen haben. Wenn wir hier sind und schon solche hohen Preise bezahlen, warum sollten wir nicht auch gleich handeln? Ebenso gibt es eine reiche Auswahl. Nicht nur an alchemistischen Zutaten, sondern auch an Büchern, die anderswo schwierig zu bekommen werden. Nun, dann lasst uns morgen doch als erstes noch einmal auf den Markt gehen. Das klingt vernünftig. Ach so. Wie sieht es sonst aus mit Gerüchten? Ich bin immer ein Freund von Gerüchten, die man in jedem Hafen aufnimmt. Das wisst ihr mittlerweile. Vielleicht bekommt man hier Gerüchte, die man sonst anderswo nicht bekommt. Nun, und vielleicht kriegt man hier Gerüchte über, naja, Begebenheiten, die sich eher unterhalb der Wasseroberfläche ereignen. Hm? Wenn hier viel mehr Volk anwesend ist. Naja, genau das wollte ich Ihnen auch fragen. Ist die Arche nur das, was wir hier sehen, oder geht die auch noch nach unten? Wegen Stadt in der Tiefe. Es scheint zumindest unten Bereiche zu geben, die nicht nur nur von Meereswesen bevölkert werden, sondern sogar nur diesen zugänglich sind. Nicht, weil sie unter dem Wasser sind, sondern weil andere dort nicht geduldet werden. Zudem ist die korrekte Bezeichnung Stadt aus der Tiefe, nicht Stadt in der Tiefe. Ja, komm, Abelmir, ich war nah dran. Und nah dran ist nicht immer zutreffend. Er hat wusstest, was ich meine. Aber nah dran reicht meistens vollkommen aus. Außer bei der Armbrust. Bei der Armbrust muss man genau treffen. Ja, fokussiert sein. Richtig. Fokussiert. Nun, Kapitän, beim Thema, fokussieren wir uns doch darauf, was wir als nächstes vorhaben. Abgesehen davon, die Möglichkeiten der Stadt zu nutzen, unser eigenes Wesen zu mir. Nun, wir sollten uns vorrangig um die Agenten Paligans kümmern. Wie weniger Feind weiß, dass er besser ist für uns. Ein interessantes Gerücht, Hasswolf, das wir gehört haben, ist, dass wohl auch eine Reihe von Dienern der Ersäuferin den Kampf gegen den Landverschlinger aufgenommen haben. Die Gründe dafür sind seltsam und kompliziert, aber... Nun ja, offenbar gibt es auch aus dieser Richtung Bestrebungen. Können wir den Gerüchten alles praktisch aufs Glauben schenken? Na, sie sehen Chaos. Überall, wo sie sind, Chaos. Und wenn sie sich selbst bekämpfen, dann soll es doch gut sein. Nun, ich würde nicht unsere Pläne darauf aufbauen, aber ich denke, es ist nicht Falsches im Hinterkopf zu behalten. Wenn wir diese Briefe von diesem Bornländer mitnehmen, falls der Prinz oder der Magister diese Information noch nicht zubekommen hat, dann könnte es uns zu unseren Gunsten ausfallen. Schließlich erhebt sich der Feind und da steht es, schwarz auf weiß. Nun ja, wir kennen diesen Bornski nicht. Und ich glaube nicht, dass das Erwachen des Landverschlingers den Herren dieser Stadt verborgen geblieben ist. Ich dachte, ihr kennt diesen Bornski. Warum genau hat er denn an dich und Jalan geschrieben, Baltax? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es mein guter Ruf ist, der mir vorausgehalten ist. Wisst ihr, als ich, das habe ich ja vorhin schon erzählt, damals in Belhanka unterrichtet habe, da bin ich auf so einen bornischen Magier gestoßen. Naja, mit dem habe ich ein, zweimal getrunken und er hat gesungen. Und nun, wir haben über meine Heldentaten gesprochen und er hat auch ein bisschen angegeben. Und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen angegeben. Nee, das hat damit nichts zu tun. Greifenmund hat damals Reis nach Festum gebracht und sie vor dem Verhungern gerettet. Die ganze Stadt. Ja, aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Nein, aber seitdem ist die Gruppe von Greifenmund zumindest im Bornland ziemlich bekannt und in Valusa war er wohl auch damals. Ja, ja, das erklärt seinen Namen auf dem Brief. Aber meiner wurde ja explizit auch genannt. Und das liegt daran, dass ich vielleicht ein bisschen mehr erzählt habe, als ich hätte erzählen sollen. Aber das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall hält man mich im Bornland offensichtlich für einen sehr kompetenten Magier. Ja, bin ich ja auch. Na, da fällt mir ein, aber wir kennen uns ja auch schon eine ganze Zeit. In der Tat. Passwolf, warum begleitest du uns nicht auf diese Arche, auf diese Stadt und sammelst selbst einige Gerüchte auf? Könnte dir vielleicht nicht gefallen, aber gut tun, mal vom Schiff runterzukommen. Ja, bisher hatte ich immer das Schiff in der Abwesenheit. Wenn ihr es jetzt Herrn Nebelklang anvertrauen wollt, dann machen wir das halt. Aber verlass das Schiff, die bitte nicht alleine. Ich würde ungern mein Schiffskrappland verlieren. Ja, Nebelklang... Dann nehme ich mir Connach oder sowas mit. Ja, das ist vernünftig. Connach ist ein guter Mann. Vielleicht sollte eher Magister Kohlrab in Abwesenheit die Befehlsgewalt innehaben, als, nun, Nebelklang. Ich möchte davon abraten, euch auf Magister Kohlrabs Einschätzungsvermögen zu vertrauen, wenn es hat der Fahrt kommt. Ja, ich würde ihre Fähigkeiten, was sie das Befehlen eines Schiffes angeht, auch anzweifeln. Ich mag das Biest auch überhaupt nicht, aber es hat damit nichts zu tun. Wenn wir angegriffen werden, dann wird sie sicherlich sowas wie eine magische Verteidigung aufbauen können, aber das Schiff selbst muss von einem profanen Seemann oder einem Seefahrer akkommandiert werden. Gut, dann hast du so beschlossen. Angroschminia wird das Kommando erhalten. Nicht. Warum hast du mich verarschen, Goldhugs? Ein Seemann muss das halten. Sie ist die kompetenteste auf Bord. Natürlich wäre es das sinnvollste, aber wenn ihr nicht wollt. Die Situation ist, denke ich, beendet in diesem Fall. Wir denken jetzt am Schwanz. Nein. Es ist nicht wahr. Wie auch immer. Hast du sie eigentlich schon gefögelt? Die Situation ist dies jetzt das Thema unserer Unterhaltung? Ja, ich biste ihn. Ich denke, dies bedeutet, dass diese Unterhaltung voll und ganz abgeschlossen ist und wir uns unseren Vorbereitungen widmen sollten. Oder ein wenig Ruhe bekommen. Hasswolf erhebt sich und geht nach draußen. Hasswolf, hättet ihr wohl einen Moment eure Aufmerksamkeit für mich? Er macht den Mund auf und du siehst, dass nichts rauskommt. Dann dreht er sich die da auch nicht. Nichts schüttelt mit dem Kopf. Wie wollte wir heute einen ernährten Blick zu und eile ihm nach? Lass den Zauber dann auch wieder fallen. Ich mache ihm wirklich Sorgen um Hasswolf. Er scheint ein gebrochener Mann zu sein. Niemand beleidigt meine schöne Angoschminia. Drache. Ja, Voltax, wenn du diesen Kampf führen willst, dann wirst du noch viele Kämpfe führen. Nun, dann werde ich viele Kämpfe führen. Wie ein, ähm, naja, Löwe, aber... Ja, wie ein echter Alan Fahner. Äh, ja. Hm. Ähm, wo ich gerade von Alan Fahnern spreche. Wir müssen auch noch mal reden. Ja, ich bin kein Alan Fahner. Ich meinte Diamantis. Ach so, äh, alles klar. Ja, gerne Raffin. Nö, komm mit, wir wollen die anderen nicht, äh, aufhalten. Ach, mir hat sofort? Na, dann gut. Ja, ich hab' einen Moment, alle Zeit. Ähm, teuer. Dürfte ich mir wohl die Möglichkeit, bitte euer Auge untersuchen? Mein Auge untersuchen? Äh, ja. Äh, mein funktionierendes... Äh, euer nicht funktionierendes. Ich hab' nicht mehr damit gefunden. Keine Magie. Nun, gestattet mir der wenigsten ist die Untersuchung, ja? Ja, schaust dir halt an. Hervorragend. Er klappt seine Augenklappe beiseite und du siehst einen ausgehöhlten fleischigen Krater. Puh. Wie raus ist das? Also ich möchte das mal aus der Nähe studieren. Hast du Anatomie? Ich habe Anatomie, soll ich proben? Ja, mach mal. Das ist gelungen, aber nicht gut. Das ist so gut. Ja, also du weißt nicht, was das war, ähm, ist zumindest tief gedrungen und hat sein Auge restlos zerstört. Vielleicht ein Ballestrinerschuss oder sowas. Okay, beantworte mir nur folgende Frage. Ist noch ein Teil seines Auges da oder ist es wirklich komplett weg? Also du, du müsstest mal irgendwie ein bisschen was von dem restlichen Eiter und diesen roten Fäden wegkratzen, aber ja, das ist vielleicht noch ein Stück da. Ja, also ich bin Brabacca, ich stehe nicht darüber da ein bisschen rum zu piksen. Ja, aber er steht, würde ich auf alle Fälle sowas von der Faust verpassen, wenn du das tust. Ich bin mir jetzt nicht wehtun, aber ein wenig nach links und rechts wischen. Ja. Ich nehme das Risiko in Kauf. Dann gib mir mal eine Parade, Ring oder Raufen, ist mir egal. Ähm, kann ich ausweichen? Du kannst ausweichen, ja. 20. Nicht gefahren. Du willst gerade mit deinem Finger, ähm, erschwert, wegen ausweichenden Handgemenge. Du willst, äh, du willst gerade mit deinem Finger irgendwie, äh, die, die roten Fäden, die sich da jetzt irgendwie als Narbengewebe schon, schon im Inneren des Auges rüberspannen, wird sie irgendwie beiseite wischen, damit du dann irgendwie auf das, äh, das hinterliegende, ähm, restliche Augen, äh, diese Okular blicken möchtest. Und, äh, du hast ihn noch nicht immer richtig berührt, dann merkst du schon, wie Hasswolf zupackt mit seiner Eisenkralle und dann Fingerbericht. Au. Er biegt ihn um, es knackt und du spürst ihn nicht mehr. Nur noch der verpochende Schmerz. Ähm, ich, ich prob gar nicht aus, dass wir hart sind. Ich glaube, man hört nur, wenn man draußen seit dem Titel einmal leid aufschreit und dann, äh, ich versuchte ihn noch auf den nichtbesten stehenden Stuhl-Blumenkübel fallen zu lassen und dabei dann mit dem Rücken zur Wand auf dem Hintern landet. Ja, ich werde stehe, ich werde stehe, ein anderem Mal, ja. Ja, schreibt immer sieben im Schanspunkt auf. Sieben, äh. Ah, na gut. War schön, mit euch gesprochen zu haben. Imer Vida Rasnolf, Imer Vida. So, Grafim, du wolltest reden? Ja, gib mir mal eine Sekunde. Dorte, ohren, nimm Kapok mit und verpiste euch. Oh, ich bin immer noch ein Freund davon, Leuten Befehle zu geben. Die Freude daran vergeht mir einfach nicht, muss ich sagen. Aber ja, ähm, was ist euer Ziel mit unserem ehemaligen Mannschafts-, was auch immer er war? Du, du warst nicht dabei, aber es hat sich offensichtlich herausgestellt, dass er wohl hinter dieser ganzen Alrik-Verschwörung steckt. Er hat die Piraten dazu angestachelt. Äh, ich hab ihn von seinem Posten enthoben als Mannschaftssprecher und jetzt schmort er unten in der Arrestzelle. Ragan hat dir bereits, äh, hat dir sicher schon erzählt, was wir dort unten mit ihm gemacht haben. Ich werde seinen Geist brechen und ihn dann vorgeführt als gebrochener Mann. Seinen anderen, äh, ja, so, seinen anderen Piraten der Mannschaft nochmal ein letztes Mal zum Abschied winken lassen und ein paar letzte Worte sprechen. Dann werden wir ihn loswerden. Ich will die Piraten an unserem Deck wenigstens noch für ein oder zwei Wochen, dass sie sich gut verhalten und an Reihe tanzen können. Und dann, wenn wir in Kunshom ankommen, werden wir versuchen, die meisten davon zu ersetzen. Naja, ich sehe schon, ein Mann kann aus der Armada austreten, aber die Armada verlässt sie nie ganz. Naja, gut, dann werde ich euch das überlassen. Das klingt auf jeden Fall faszinierend. Dieses Chef hat sich ganz anders angefühlt als Zweifen und noch ein zuerster Offizier. Jetzt sehe ich selbst die schmierigen Piraten, wie sie sich unten auf dem Batteriedeck oder am Urlaubdeck miteinander Karten spielen und denke zurück an die guten Zeiten in der Armada, wo so ein, so ein Verhalten nicht geduldet werden würde. Verdammter Piratenabschau mit ihnen zu segeln und sie aufreiben zu lassen oder an ihrer Seite zu segeln, sind wieder ganz große Unterschiede. Ja, ich denke, ihr werdet die traurige Erkenntnis finden, dass nur Piratenabschau mit uns segeln wird, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich bin noch nicht ganz fertig mit Ismaban unten in der Arrestzelle. Was hältst du ihn davon, um ihn ganz zu brechen, zu zeigen, wie eine Basaltfaust eine solche Sache angehen würde? Na ja, nicht, dass ich etwas gegen Folter hätte. Das wäre gelogen. Aber ich möchte doch zu gerne sehen, was ihr tut. Ich hatte schon immer eine Faszination für die Armada, müsst ihr wissen. Und euch jetzt hier als 1O zu sehen, ja, dann möchte ich doch mal sehen, was die Armada so aus ihren Männern macht. Gut, dann kümmere ich mich um ihn. Ja, aber beeindruckt mich. Ja, ich werde ihn jedoch nicht verstümmeln oder derartiges. Wir wollen ihn nicht zum Märtyrer machen. Wir wollen nicht, dass die anderen Piraten zu ihm aufsehen, sondern ihn als das Stück Dreck betrachten, als was er eigentlich ist. Naja, sie sind alle Dreck-Piratenabschau. So, ich muss mich jetzt wieder von Dreisperger vermöbeln lassen. Viel Spaß noch. Aber du besserst dich. Ich habe letztes Mal noch, als du zuletzt mit ihm gekämpft hast, mal ein wenig zugeschaut. Langsam hast du deine Verteidigung wieder aufgebaut. Auch mit der neuen Waffe. Ja, aber ich, äh, manchmal habe ich den Griff noch nicht so ganz raus. Und der Mann kann ja wirklich mit allem kämpfen, was sich irgendwie in einer Hand befinden kann. Beeindruckend. Wirklich ein beeindruckender Mann. Wenn er doch nur kein Mittelreicher wäre.